ein herzliches willkommen zu einem neuen info video mit mir zusammen ich bin der denn ich spiel das und zwar wird ab morgen ja den 27.12.2023 der train oder das train board mit der offenen beta von fairsystem sound design für jeden für jedermann zugänglich sein und ich wollte mit diesem info video euch noch mal darauf hinweisen und euch da so ein bisschen daran erinnern und euch das noch mal so ein bisschen näher bringen hier seht ihr ja auch train board das train ist ein unverzichtbares tool für jeden der sich für zugsimulationen begeistert mit diesem innovativen ansagentool können sie passend zu einem bestimmten szenario stationsansagen bahnungsansagen ansagen des zugpersonals sowie die kommunikation mit der fahrdienstleitung in verbindung mit bekannten simulatoren abspielen hier könnt ihr noch mal ein wenig über das train board selber ein wenig lesen das lese ich jetzt nicht vor was aber vielleicht ganz wichtig ist das sind die system anforderungen und zwar braucht ihr natürlich den first system launcher den zeige ich euch gleich wo ihr den auch bekommen könnt ihr braucht ein abo als testversion also ihr könnt wenn ihr das zum ersten mal ein abo abschließt hier bei first system könnt ihr das als testversion kostenlos abschließen was dann nach dem nach der testversion nicht verlängert wird das ver geht nicht auf es geht nicht automatisch in ein kostenpflichtiges aber über sondern es endet dann also ihr müsst dann wenn ihr das behalten wollte dann ein kostenpflichtiges abo noch mal abschließen ihr braucht das betriebssystem windows 10 oder windows 11 ihr braucht kurz als prozessor vor core oder 4 core oder mehr ihr braucht eine mindest ein mindest festplatten speicher von 300 mb ein speicher von 6 gigabyte ram und microsoft net framework 7.0 mal 64 o dann steht hier nur sie haben mehrere optionen das train board zu bedienen die bedienung des train boards kann auf vielfältige weise erfolgen sei es direkt auf dem hauptbildschirm dem zweiten bildschirm also so wie ich ich habe einen zweiten bildschirm oder auch bequem über ein template wobei das mit dem tablet natürlich am einfachsten ist habe ich mir sagen lassen mit touchscreen funktionen weitere informationen findet ihr im beigeführten kurzen video tutorial das habe ich euch ja schon auf meinem kanal zur verfügung gestellt das video das ist ja hier mit der lieben anne die euch das alles ganz kurz und knackig erklärt das bedienpanel erhält neben der zugnahme oder linie den gesamten verlauf aller stationen zudem werden mit dem bedienpanel alle ansagen gesteuert im unteren bereich des bedienpanels erhalten sie über das megafon icon zugang zu den sonderansagen mit dem sonnen icon lässt sich der die opatität des bedienpanels einstellen was besonders für nach nachtfahrten geeignet ist und über das lautsprecher icon könnte die lautstärke der ansagen auf ihre bedürfnisse anpassen so dann seht ihr hier so wie das ganze aufgebaut sein das train bot das ist der train bot an sich so sieht er aus das ist das der bildschirm der dann auftaucht ist kompatibel mit train simulator classic train simworld und den zu sie 3 das ist vielleicht auch ganz wichtig für die die vielleicht mit dem tsc nicht so viel anfangen können auch auch train simworld noch nicht so oft spielen oder gar nicht spielen die vielleicht mehr so zu die drei spielen die sich vielleicht da aufgehobener fühlen also für die drei simulatoren ist der train board kompatibel gespieler wird gesteuert player gesteuerte ansagen stations ansagen sprachspeicher ansagen zu personalen bahnhofs ansagen mit zeitangabe ansagen fahrdienstleitung ausstieg das sind halt diese ganzen ansagen die es diese die der train train board oder die das train board beinhaltet dann seht ihr hier rechts die zuggattung also der zug mit dem ihr fahren wollt in diesem fall in diesem beispiel ist das der ic e die strecke auf dem das ganze stattfinden soll also die er dann befahren wird ist in diesem fall frankfurt high speed die linie 10 21 ist die zug linie die unterwegs ist auf in diesem szenario die ansagestimme könnt ihr dann wählen zwischen zugschef oder in geruf in diesem fall ist es der zugschef ihr könnt dann hier den gong zuschalten oder auch nicht wie ihr möchtet das ist individuell und die richtung ist in diesem fall dann hinfahrt ihr könnt das dann natürlich auch wenn ihr zum beispiel von großrohrheim nach mannheim hauptbahnhof fahrt wäre dann die hinfahrt und von mannheim hauptbahnhof zurück nach großrohrheim ist dann wäre dann die rückfahrt so dann kann man das szenario starten ich kann euch ja gleich noch mal das video mit der annett abspielen obwohl ihr das findet ihr auf meinem kanal so ihr seht hier mal den entwicklungsstand dezember 21 bis april 20 22 war die planung april 20 22 bis september 20 22 war die programmierung november 23 also noch gar nicht so lange her gab es die dem beta wurden die beta test da haben das dann alles getestet und am 27 dezember 2023 also sprich morgen ihr seht ihr ja auch die veröffentlichung hier stehen dann noch mit die systemanforderungen habe ich euch ja vorhin schon vorgelesen und hier seht ihr dann halt noch mal verfügbar ab 27 dezember 20 23 ich kann euch noch nicht genau die uhrzeit sagen aber es wird im laufe des tages auf jeden fall verfügbar sein soviel kann ich euch versprechen ich kann euch ja hier noch mal das video mit der anne abspielen herzlich willkommen beim trainboard tutorial ich bin anne und werde ihnen einen kurzen einblick zur bedienung des train boards geben das train board ist ein unverzichtbares ansagen tool für jeden der sich für die zug simulationen begeistern lässt jetzt geht es endlich los viel spaß beim zuschauen das train board ist ein tool das ihre zug simulation erweitert und für mehr flexibilität sowie realismus sorgt mit seinen umfangreichen funktionen der einfachen bedienung und der hohen qualität der ansagen ist das train board ein muss für jeden der das ultimative und reale simulations erlebnis sucht dadurch erhalten sie die möglichkeit eine authentische zugfahrt wie ein realer triebfahrzeugführer zu erleben wodurch ihre simulation auf ein höheres und reales level gestellt wird sie können das train board mit den bekannten zug simulatoren wie train simulator classic den trains im world und zu sie drei ohne jegliche einschränkung verwenden vorausgesetzt dass die strecke vom jeweiligen simulator bereitgestellt wird sie haben mehrere optionen das train board zu bedienen direkt im simulator oder auf einen zweiten bildschirm die optimale und von uns empfohlene bedienung kann über ein tablet erfolgen welchen sie als weiteren bildschirm einsetzen können hier kommt der vorteil vom tablet denn die bedienung über den touchscreen erfolgt wie in einem realen führerstand dabei ist zu beachten dass ihr zug simulator im rahmenlosen modus eingestellt ist den zugang zum train board erhalten sie über unseren fährsystem launcher welcher als eine schnittstelle dient den launcher erhalten sie direkt über unsere homepage der launcher versorgt sie zudem mit allen wichtigen informationen und erledigt für sie automatisch die neuen updates somit sind sie immer auf den neuesten stand das train board ist einfach und intuitiv bedienbar als erstes erfolgt die auswahl der zuggattung in diesem fall die s-bahn anschließend wählen sie die strecke danach den start- und zielbahnhof sowie die zugnummer oder linie jetzt wählen sie die ansagen stimme des weiteren können sie in einigen aufgaben den gong und den fdl deaktivieren abschließend setzen sie ihre startzeit die für die präzise zeitansage der anschlussmöglichkeiten verwendet wird die bedienung und das abspielen der ansagen leichter zu gestalten können sie unter den optionen individuell verschiedene tasten der tastatur zum abspielen der ansagen festlegen über das feld szenario beschreibung erhalten sie alle notwendigen anweisungen zu der zugfahrt mit dem button szenario info stehen ihnen alle weiteren und wichtigen informationen zur verfügung sie müssen auch kein wichtigen updates herunterladen das train board übernimmt eigenständig alle notwendigen updates für sie automatisch nachdem das szenario gestartet wurde werden innerhalb einer kurzen ladezeit alle ansagen über ein bedienpanel für ihre zugfahrt bereitgestellt das bedienpanel erhält neben der zugnummer oder linie den gesamten verlauf aller stationen zudem werden mit dem bedienpanel alle ansagen gesteuert im unteren bereich des bedienpanels erhalten sie über das megafon icon zugang zu den sonderansagen mit dem sonnen icon lässt sich die opazität des bedienpanels einstellen was besonders für nachtfahrten geeignet ist und über das lautsprecher icon können sie die lautstärke der ansagen auf ihre bedürfnisse anpassen das war's jetzt sind sie an der reihe wir möchten sie herzlich dazu einladen das train board kostenfrei und unverbindlich zu testen wünsche ihnen im namen des gesamten teams alles gute und hoffe sie etwas neugierig gemacht zu haben bedanke mich für ihre aufmerksamkeit sage tschüss und auf wiedersehen bis zum nächsten mal ihre anne herzlich willkommen beim train board tutorial ja soviel dazu das war unsere anne die ihr ein wenig euch das ein wenig näher gebracht hat wie gesagt verfügbar ab morgen den 27 12 20 23 wird es das train board train board für jedermann geben abschluss abschluss abschließend will ich euch hier noch zeigen wie an den launcher kommt dieser ist hier zu finden natürlich auch kostenlos die könnt ihr euch dann auch mein info video ansehen von mir immer so viel dazu ist auch auf meinem kanal ihr könnt dann auch hier noch mal die anforderungen durchlesen kunden account klar abo als testversion ist klar und dann die bekannten betriebs anforderungen an euren pc dann könnt ihr hier registrieren wenn ihr noch kein account habt und dann könnt ihr euch den launcher runterladen den ihr auf jeden fall für das train board braucht auch wie gesagt völlig kostenlos und hier könnt ihr dann auf jeden fall hier ist das mit dem abo ihr könntet euch dann auch noch mal alles durchlesen und dann könnt ihr hier die entwicklung dienstleistung und so weiter was da alles hinter steht demnächst gibt es da noch an abo unlimited also dann ist das heißt das abo ist dann unendlich brauchte nicht jedes mal irgendwie neues abo abzuschließen menschen nur für ein paar monate gültig ist oder so sondern das ist dann unendlich und ihr seht ihr die testversion busport 0 euro inklusive freischaltung launcher für 14 tage und hier seht ihr dann auch noch das wie gesagt für den train board wird es auch ein extra abo geben abo busport wenn ihr zum beispiel jetzt mit dem fernbussimulator unterwegs ist und dort den busport nutzt dann kostet euch das dann nach dem test nach den 14 tagen 6,95 monatlich kündbar der flight board wird auch noch bald für alle die mit dem flugzeug sich besser auskennen wird dann auch noch veröffentlichung demnächst also das ist wie gesagt auch schon in der mache also es wird auch nicht mehr allzu lange dauern dann könnt ihr auch den flight board nutzen vielleicht für alle die die mit dem flugsimulator unterwegs sind dort steht auch für was das also das ist kompatibel mit dem ms f ms fs 2020 und dem x plane und folgende flugzeugmodelle wenn dabei unterstützt ihr seht ihr könnt nachlesen das war es auf jeden fall mit der kleinen mit dem kleinen info video zum zur veröffentlichung des train boards wie gesagt das ganze morgen 27.12.2023 nagelt mich bitte nicht auf die zeit fest das weiß ich leider nicht aber es wird auf jeden fall im laufe des tages veröffentlicht was ist mit euch werdet ihr euch die train board kaufen werdet ihr euch in der fair system sound design ein kostenloses test abo machen seid ihr schon freut ihr euch auf das train world oder sagt ihr das ist gar nichts für mich ich spiele nur train sim world schreibt es gerne in die kommentare würde mich echt interessieren wie gesagt es ist kompatibel mit dem train simulator classic train sim world und susi 3 borausgesetzt die strecke frankfurt highspeed ist in den simulatoren zur verfügung gestellt das ist ja nun mal leider gerade im tsw nicht frankfurt highspeed ist dort ja nicht vorhanden in susi 3 weiß ich jetzt gerade gar nicht auf jeden fall hier train sim world ist es leider noch nicht vorhanden also die strecke frankfurt highspeed ist ja in diesem tsw nicht vorhanden also es wird vor aller voraussicht nach nur im tsc im moment möglich sein diesen train board zu benutzen also wie gesagt mich würde interessieren ob ihr euch die train board zulegt wenn ja schreibt gerne in die kommentare würde mich auf jeden fall interessieren verfügbar morgen ab morgen den 27 12 20 23 das war sonst gewissensein von mir ich wünsche euch noch einen schönen zweiten weihnachtstag passt auf euch auf bleibt gesund bleibt mir treu bis zum nächsten mal euer den spiel das vor drei tschau servus und tschüss